hallo und herzlich willkommen zum dieswöchigen zweiten teil des weeklies und damit erstmal mit den sachen die diese woche so neues waren es gibt ein paar neue infos also erstmal mein rechner ist immer noch jetzt sagen wir mal so jetzt das final bestätigt tot und das ist definitiv irgendwas von der hardware kaputt es ist kein software fehler gewesen kein treiber fehler ist es ein hardware deswegen müssen wir den jetzt abholen lassen und wir rechnen damit mindestens zwei wochen bis er wieder hier ist also wenn das reicht was was es euch betrifft ist quasi dass innerhalb der nächsten zwei wochen sehr wahrscheinlich kein arg kommt also sollte der rechner früher fertig sein kommt natürlich wieder arg aber definitiv ist das das einzige was passieren wird natürlich dass die streams bei mir ein bisschen unter abgespeckteren varianten laufen aber das betrifft euch ja ansonsten so gut wie gar nicht das war es aber auch im endeffekt die anderen projekte lasse ich über den rechner noch weiterlaufen aber ansonsten gucken wir mal bald kommt dann star aus und bei mir als neues projekt natürlich auch wieder über die konsole deswegen ist es egal mit welchem rechner und bei dir noch was an neuen projekten was geplant ist ja stimmt wir haben noch was anderes aber das ist geheim geplant aber das kann ich noch nicht verraten und ich weiß auch immer noch nicht das hatte ich letzte woche eigentlich schon bringen wollen muss aber immer noch auf eine nachricht warten deswegen weiß ich auch noch nicht ob ich es diese woche bringen kann ich hoffe ist derzeit ein bisschen blöd auch durch die e3 quasi die gewesen ist weil da unsere teilweise unsere kontaktleute auf der e3 waren und damit etwas verhindert sind wir planen ein paar neue sachen müssen da aber ein go abwarten und es geht los sobald es los geht genau ab wo es geht los wir fangen an mit dem ersten brief für heute hallo kaddi und fabi ihr seid die besten youtuber der welt hoffentlich hört ihr nie auf mit den videos ich heiße auch starstabel nadine diamond sister vielleicht können wir uns mal in starstabel treffen sonntags ist immer von 18 bis 20 uhr gemeinsames level heute übrigens großes urpferde level das heißt wenn ihr ein urpferd habt bringt es doch mit wenn ihr keins habt ist auch nicht so schlimm übrigens hast du eine verdammt schöne schrift und ansonsten ist es so dass ich versuche dass ich ein bisschen aktiver in starstabel auch so unterwegs bin also solltet ihr uns mal so treffen oder auch in den torgejubel stahlgeflüster folgen könnt ihr natürlich auch mitkommen aber direkt private treffen können wir da nicht machen genau und wie erkennt dass wir torgejubel machen das erkennt ihr in unseren deutschlandklamotten und wie erkennt dass es ein stahlgeflüster ist das erkennt ihr wenn ein großer haufen mitreitet und ich nicht schreibe keine zeit nehme auf ganz genau PS könnt ihr mir eine autogrammkarte schicken klar den prüfungsflag habe ich schon zur seite gelegt liebe grüße eure aileen vielen lieben dank für den brief und hier waren auch so zwei kleinere bildchen mit bei die richtig cool aussehen und da auch noch mal generell die info die hier sachen gehen ab jetzt dann immer direkt raus das heißt solltet ihr uns jetzt eine sache nach autogrammkarten schicken sollten die innerhalb von spätestens zwei wochen immer je nachdem wie die post ist da sein das ist das irgendwie so ein material wo so eine bunte fläche hinter ist und das ist das freie kratz das sieht richtig cool aus kratzbilder finde ich geil das sieht aber wirklich richtig cool aus das gefällt mir ich bin ab jetzt versuche ich natürlich auch mal beim stream noch dabei zu sein dass ich mitreiten kann so indem ich das ganze auf dem tablet dann gucke nur mal generell so als info da ich immer gefragt wurde es hat ja letzte woche funktioniert dass der fabi mitgekommen ist manchmal nicht zu 100 genau dachte ich mir auch also am anfang nicht so ganz aber dann ging es dann doch ganz gut eigentlich das ist auch der praktische daran ist dass ich da mir die zeiten ja ein bisschen wieder angepasst haben ein paar leute noch unterwegs abfangen kann die ansonsten ausbrechen oder wenn man wieder jemand rumläuft und meint schwachsinn zu erzielen ja kommt ja leider auch immer wieder vor so wir haben direkt noch einen umschlag richtig schön bunter schrift hihi süß ich denke mal ist ein rückumschlag genau den lege ich auch direkt schon mal zur seite ich habe euch nur einen umschlag geschickt einfach so weil ich es cool finde das ist ein bild und das ist der brief übrigens apropos rückumschlag das ist aber auch krass für elf jahre so eine schöne schrift so ordentlich wow wir hatten ja eine umfrage gemacht und da so viele leute dagegen waren dass ich einzeln nochmal die briefe behandle es ist keine sache wo wir sagen können wo die meisten leute dafür sind sondern wenn zu viele leute dagegen sind machen wir es generell nicht weil es kann immer passieren dass dann so ich bin brief kommt der dann rein für kaddi ist und dann sind die leute enttäuscht und das waren einfach zu viele die dagegen waren und deswegen machen wir das dann einfach zu zweit weiter wir werden jetzt nochmal reinschauen heute abend was dann die umfrage sagt die wir im letzten video gemacht haben da war da oben in der ecke so ein i aber kann sein dass wenn ihr jetzt vom handy guckt das ist dann nicht angezeigt ich glaube vom handy geht das nicht genau dazu können wir sagen wir werden definitiv immer alle briefe beantworten aber dadurch dauert es halt dann auch ein bisschen länger bei den sachen genau so hallo kaddi und hallo fabi erstmal du hast dir unheimlich viel mühe gegeben den zu schreiben weil du hier jedes wort immer in einem anderen mit einer anderen farbe geschrieben hast das stimmt ja das ist dann richtig viel arbeit gewesen ich heiße jana bin elf jahre alt und liebe eure videos bitte hört niemals mit youtube auf ihr seid so nett und cool kaddi du hast eine wunderschöne stimme und die beste lachen die es gibt fabi du hast natürlich auch eine schöne stimme und deine cabis sind auch cool ich mag die einfach gerne bei kaddi schaue ich starstable die sind sphere riding out riding out geht dann auch demnächst weiter wenn das nächste update kommt wenn wir wieder inhalt haben zum zeigen und barbie oh ich habe elisir online vergessen das schaue ich auch und da vielleicht bald ein bisschen mehr wenn der multiplayer sieht ja so aus als würde er bald in eine phase gehen wo wir auch was davon zeigen können besser mhm fabi bei dir schaue ich minecraft arc und winning part und spiele auf dem septoffel server mit janacraft die krankenwagen fliegen heute wieder tief janacraft klar ich habe sogar glaube ich gerade eben mit dir geschrieben also kurz bevor diesem weekly was an zufall hier so jetzt habe ich noch ein paar grüße zu vergeben und zwar liebe grüße an Hanni und Nanni und warte ich wollte gerade runter gehen damit man irgendwie wird wie die cam nach unten geht Nanni hat gerade den kopf so auch hier da auch Hallo Hanni Nanni ich komme nicht in ach da ist der andere rund hallo ha 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 schlapp Romero Willi und meine beste Freundin die Jette der Romero kriegt die grüße am Donnerstag bitte liebe grüße und den Willi können wir gleich die grüße noch bestellen und auf der anderen Seite geht es noch weiter ich habe euch noch einen Umschlag für eine Autogrammkarte dazu gesteckt genau und bitte achtet nichts auf die Rechtschreibung und die Schrift also ich finde die Schrift sehr sehr schön und sehr bunt und ich habe ehrlich gesagt nicht einen einzigen Rechtschreibfehler gefunden also überhaupt gar keinen das ist so der Standardsatz der muss immer dabei stehen sonst ist es kein Fanbrief eure Jana und schaut mal hier wie schön das aussieht richtig schön bunt ja wir wurden übrigens auch mal gefragt ob wir mal so unsere ganze Sammlung vorführen können und Schleichpferde das wäre ein bisschen viel wir haben uns überlegt ob wir vielleicht ab und zu mal so eine kleinere Auswahl so hey das sind alle von alle braunen Pferde oder das sind ein Eis ein Sepp-Eis für den Sommer das ist süß sieht aus wie ein Toastbroteis das ist voll cute und wir haben uns übrigens überlegt dass wir diese Bienenbusel Challenge mal als einzelnes Video machen hat mir noch gehört hattest du gesagt genau das werden wir mal als einzelnes Video machen müssen wir mal gucken wir wollen uns ja jetzt demnächst eine bessere Kamera holen ob wir die vielleicht noch abwarten also es kommt auf jeden Fall so bald wie möglich wir gucken ob wir es entweder mit der noch machen oder mit der nächsten je nachdem wie schnell wir die Möglichkeit haben uns eine neue Kamera zu holen aber wir können euch sagen die werden definitiv nicht schlecht also ja nicht schlechter als sie sowieso schon sind ich wurde davor gewarnt ich wurde davor gewarnt dass Babywindeln anscheinend ziemlich schlimm sein soll und Zahnpasta ist schlimmer als man denkt mir wurde geschrieben dass das Babywindeln schmecken wie Penatencreme riecht ich weiß gar nicht mehr wie das war also mir wurde gesagt Kotze ist das Schlimmste Kotze ist das Schlimmste so und jetzt haben wir hier noch wenn du das aufmachst mein Computer haben wir noch ein nein noch mein neuer kaputter Computer währenddessen kann ich schon mal hier ein paar Hashtags durchgehen haben wir noch ein großes Paket großes Paket großes Paket Hashtags Fabi wir brauchen dringend wieder ein Cutter der Witz ist der Witz ist hier hat anscheinend niemand ein Hashtag davor geschrieben also entweder ist das jetzt eingerissen da ich ein paar Sachen auch immer so beantwortet habe aber dazu muss man wirklich sagen drücken wir mal ich habe gerade geguckt da war nicht ein Hashtag drin ok also das heißt da müssen wir euch ganz klar da müssen wir auch drauf bestehen weil ansonsten das ist einfach zu viel Gesuche genau wir machen nämlich ihr seht es jetzt so ich scrolle jetzt durch und kann quasi da auch Ausschau halten nach einem Hashtag aber wenn ich jetzt jeden Kommentar einzeln durchgucken müsste ob eine Frage da drin ist dann sitzen wir alleine erstmal 10 Minuten hier und gucken durch ob jetzt die Kommentare Fragen sind genau oder eben nicht wir haben das nämlich so gemacht man kann ja auf Internetseiten nach was suchen über Steuerung F übrigens falls euch das interessiert vergesst ich auch immer da kann man da nämlich was eingeben was man suchen möchte und da haben wir nämlich ein Hashtag drin und dann kannst du nämlich auf der ganzen Seite des stationsmäßigen in Anführungsstrichen absuchen hier ist die Frage findet ihr bei SSO ein gutes Ziel wenn ich meine 22 Pferde die meistens Level 1 sind alle ausleveln und mir erst dann wieder 10.000 Starcoins hole ist eine gute Idee es ist auf jeden Fall ein gutes Ziel und es ist ein Geld sparendes Ziel das stimmt ok könnt ihr auch mal Vlogs machen ist das Gern geschehen ich habe Kadi vor einem Monat auf SSO einen Brief geschrieben ich konnte ihn auch mal in der Postfolge sehen aber dann war einer aber vor drei Wochen war er nicht mehr da weiß nicht was los ist also man kann ganz klar also sollte ich einen Brief es ist schon mal vorgekommen dass ich Briefe außersehen gelöscht habe die die ganz unten waren wenn ich sie gelöscht habe weil ich mich verklickt habe dann könntest du mir sagen in welcher Folge das war weil ich musste ihn dann ja geöffnet haben genau um ihn gelöscht zu haben und dann könnte ich mir dann davon nämlich einen Screenshot machen und den in einer anderen Folge vorlesen sollte ich ihn nicht irgendwie mal ausversehend in der Postfolge gelöscht haben dann muss er noch da sein weil ich mache nämlich wirklich meinen Briefkasten nur in den Postfolgen auf selbst wenn ich in ein Championat geritten bin dann sammle ich die Sachen erst ein wenn ich die Postfolge mache an dem Tag dann ist hier die Frage ob wir alle Briefe es kommen alle Briefe ins Weekly können wir die rechts fragen sagen an die b.meier dauert zwar ein bisschen es geht nicht um die Bilder aber die Bilder haben wir definitiv am Ende eines Weeklys hatten wir die glaube ich einmal drin da kamen die beiden Bilder die haben wir nämlich im vorletzten Weekly glaube ich welche? ich habe gerade hier so gezeigt die hinter mir stehen wir hatten achso ja und gestern hatten wir auch welche drin genau aber die beiden hier sind definitiv ich glaube im vorletzten oder vor vorletzten Weekly müssten die drin sein das heißt aber ich bin mir aber die sind auf jeden Fall hundertprozentig weil die sehr markant waren das weiß ich dass wir die definitiv drin hatten das waren nämlich auch schon dann die ganzen Hashtag Sachen deswegen wirklich wenn ihr Fragen habt wenn ihr Fragen habt da sind bestimmt noch ein paar andere Fragen drin aber wenn ihr eure Frage jetzt dadurch nicht drin war weil ihr kein Hashtag davor hattet bitte einfach nochmal um das nächste stellen oder vielleicht auch im Stream fragen ist auch ein Aufzug hier ist ein leerer Briefumschlag mit Briefmarke noch drin genau für das Autogramm das ist an Day an Day an Mandy an Mandy an dich aber ich habe doch schon jetzt habe ich zwei ja nochmal an dich aber wir wissen überhaupt nicht die Adresse von den Leuten wir müssten gucken bitte macht sowas nicht also wir sehen die beiden das nächste Mal Mitte August auf der Gamescom ja hoffen wir zumindest das heißt wir gucken dass wir denen vielleicht das an den aber bitte macht das nicht ich möchte nicht dass ich dann jedem von denen einen riesigen Sack irgendwie in die Hand drücken muss das wird dann für uns nämlich extrem blöd vor allem das müssten wir das durch den Eingangsbereich durchbekommen das heißt wir müssten jetzt blöd die würden uns angucken das heißt wir müssten damit jeden einzelnen Brief auspacken weil es kann ja in jedem Brief eine Bombe sein also bitte macht sowas nicht da machen wir ein Unboxing Briefe am Eingang von der Gamescom die werden sich freuen also hier sind die Lieblingsprojekte drauf und da steht hier noch das ist auch noch ein Brief soll ich auch was vorlesen bitte? das ist ein Gemeinschaftsbrief ja kannst du machen ich sammle die so das hier ist der Rückumschlag ok genau das lege ich auch schon mal zur Seite oh man zack ah jeder hatte seine eigenen soll ich das hier noch vorlesen? also hier sind nur zwei allgemeine Briefe glaube ich dann ist erst meinen vor ok lieber Fabi du bist ein so toller YouTuber hört niemals auf mit YouTube bestellt Day und Mandy alles Gute für es gebe wenn es geht Day und Mandy den Brief ich bin nur ein Postbote ohhhh wie gesagt wir versuchen was geht aber auch wirklich die Info an euch macht das nicht weil das macht es uns extrem schwer wahrscheinlich in die Gamescom zu kommen ja alternativ könnten wir es auch vorlesen und ihn dann verlinken aber bitte schickt uns nicht auch noch die haben schon Probleme die Briefe an uns zu beantworten das wäre im Prinzip kein Thema wenn wir in der Nähe wohnen würden ja ja aber ich glaube die Mandy wohnt so um die 120-130 Kilometer weg wir bräuchte eine WG und dann müsste man immer so die Briefe rum geben hier an dich an dich an dich an dich und Day das dürften auch so genau ja über 200 Kilometer dürfen wir sein es ist verdammt weit auf jeden Fall also hallo Kalli und Fabi ich liebe eure Videos ihr seid toll es tut mir leid wegen meiner Schrift du schreibst doch schön das ist der Standardsatz den schreiben sie alle ich hoffe euch gefällt dein Paket die Bilder dürfen gezeigt werden Kalli du hast die schönste Stimme der Welt Fabi du bist immer lustig das freut mich am liebsten gucke ich Star Stable und Minecraft ihr seid toll ändert euch nie und eine Frage habt ihr nicht sehr viel Stress es kommt drauf an wir hatten jetzt die letzten 3-4 Wochen extrem Stress weil neben dem was wir sowieso schon haben ich habe eine Schnur bekommen weil neben dem was wir eben sowieso schon haben hat jetzt Fabis PC den Geister gegeben meine Festplatte und dann kamen noch Zusatzprojekte dazu wohl demnächst dann eins sehen werdet also wir können euch so sagen wenn wir unser normales Pensum haben was wir auch eigentlich immer planen was im Uploadplan drinsteht und wenn das alles normal funktioniert dann ist der Stress so dass wir sagen können es ist halt unser normaler Tag den wir haben den wir auch so wie er ist genießen aber kommt dann was Außerplanmäßiges wie derzeit dass unser Internet nicht gescheit läuft und wo wir immer noch keine richtige Antwort haben von Unity Media dann die Sache mit meinem Rechner mit Kadis Rechner und dann und auch noch vielleicht mit Außerplanmäßigen Sachen die was auch immer passieren dann haben wir halt schon wirklich Stress ja dann sitzen wir teilweise die Nacht durch da und müssen gucken dass wir das dann irgendwie hinbekommen aber wir machen das trotzdem gerne wir würden das nicht machen wenn wenn es das nicht Spaß machen würde und wir wollen eben auch wir haben eben auch diesen Ehrgeiz dass wir sagen wir bringen die Sachen wenn es geht und da sitzt man ja wirklich teilweise manchmal bis spät in die Nacht ab so dann lese ich jetzt gerade mal meinen Video hast du auch eine Schnur bekommen? ich weiß es noch nicht liebe Kaddi du bist so hübsch und deine Videos sind so toll oh Dankeschön aber du bist nicht immer lustig ich wollte fragen ob ihr mich grüßen könntet ich heiße Luana in SSO Stina Pandagrin natürlich also liebe Grüße an dich Luana alias Stina in Star Stable steht mir was? ja also viele viele liebe Grüße und an der Stelle auch schon mal ein großes Dankeschön weil das Paket ich sehe gerade noch was da noch so alles drin ist richtig cool viele liebe Grüße und kann ich ein Autogramm haben? deine Luana ah natürlich kriegst du zurück hier hast du ein Autogramm BAM eine Fabi-Faust patentiert natürlich bekommst du den Autogramm ich habe auch schon in SSO mit Leuten geredet es wird jetzt bald dann den Fabi Bart zum Ausdrucken geben einfach dann ihr könnt ihn euch ausdrucken ausschneiden und dann könnt ihr ihn euch quasi so vor das Gesicht halten signierig auf der Gamescom ich habe einen rosa ist das auch ein Fabi Bart? ich will keinen Fabi warum denn nicht? danke du hast doch schon eine Fabi Bart machst du es mir mal zu? nein ach ich habe keins zum zum zumachen meins ist fürs Ohr dankeschön coole Farbe ich sehe es auch mal nicht aus meins auch so das trage ich beim Buchen nächster Brief so hallo Kaddi und Fabi PS ihr dürft alles vorlesen und die Bilder auch zeigen das ist super dass du das ganze nach oben geschrieben hast auch wenn wir den Brief als letztes gelesen haben ich bin euer allergrößter Fan ich hoffe man kann alles erkennen ich liebe euch so sehr macht weiter so dann bist du 2,20 m oh man sorry dass ich so schreibe ich kann ohne Linien also ich finde das eigentlich noch ziemlich gerade so und ich würde so schreiben technische Zeichnerfamilie bei mir ja meine Mama ist ja auch technische Zeichnerin aber ich weiß nicht irgendwie habe ich da keinen Blick für ich mag euch so ich mag euch so aber ich nerve euch jetzt nicht weiter du nervst doch nicht Mensch das denkt ihr viel zu oft an vielen Stellen und die die es dann teilweise tatsächlich machen weil wir immer wieder darum bitten dass wir dann doch das noch machen können die verstehen es dann nicht ja meine Lieblingsprojekte sind Star Stable Sins Minecraft Horsehaven und die Biglees es wäre nett wenn ihr Honey, Nanny und Romero von mir drücken könnt oh Nanny ja Honey ist gedrückt die liegt nämlich da die Nanny habe ich gerade links neben mir und den Romero drücke ich dann am Donnerstag wäre nett wenn ihr Day und Manny die Sachen gebt wie gesagt bei der Gamescom sollte das dann kein Thema sein ich hoffe euch gefällt alles liebe Grüße Luana und Uno ah dein Hund heißt Uno das ist auch ein süßer Name ja und Casanova das ist das Pony habe ich gerade schon gesehen total knuffig auch liegt auch ein Bild drin ok und ein 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 tolles Herz ist hier unten noch jetzt kann ich mal die Bilder zeigen das hier ist nämlich der Uno ist total süß ja was ist das für eine Rasse das sieht aus wie eine Mischung aus allem Möglichen mhm der ist total knuffig definitiv ich hoffe man erkennt das auch immer gut in der Kamera das Pferd erkennt man auf jeden Fall sehr gut das ist Casanova mit mexikanisches Reithalfter mexikanisches Reithalfter das heißt es ist wenn das so über der Nase mit so 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 okay ich verstehe es ist auch total knuffig es ist ein Fuchs oder ich meine es ist hier aber er ist doch schwarz-weiß haha aber es ist also die typische Zeichnung für einen Fuchs wir hatten ein Pferd pikant hieß der der hat eine ähnliche Blässe voll süß es war auch ein Fuchs ja schönes Pony sehr schöne Bilder gefällt mir danke schon und du sitzt gut hier ist noch so viel ah Yoshi hier ist noch so viel hier ist noch ein Bild mit den Lieblings-Projekten hier ist noch ein Bild mit den Lieblings-Projekten wo vorsichtig dass ich nichts oje ach so mach du das mal ah ja ja mach du das mal hier dann sind hier noch Schleichpferde drin Mensch drei Stück das soll nicht immer so viel Geld das soll man glaube ich nicht aufklappen weil wenn man das jetzt aufklappt dann zerreißt man das ja ich glaube das Sims das ist einfach ein Fisch ich weiß wie teuer Schleichpferde Minecraft Star Stable Sims macht nicht immer so steht es euch nicht immer so in Unkosten vor uns aber total schön schön ich räum gleich hinter uns mal auf es ist echt Wahnsinn ist das ja auch schön oah das ist auch total das hat so einen coolen ja das ist so sichelförmig oder die Mähne hängt drin also ein hübscher Stern ist es auf jeden Fall das ist auch schon Wahnsinn wie sich der Stil von den Schleichpferden im Vergleich zu früher verändert hat also da muss man auch wirklich sagen dass die sind so viel besser geworden als früher die Nani liegt gerade hinten auf dem Rücken und wieder ein Einhorn jetzt müsstet ihr ungefähr hier seht ihr ne ihr seht hier das Beinchen von der Nani und ähm da da ist die Nani es glitzert es glitzert und es hat oh das ist cool ich mag ich muss ja ehrlich sagen ich bin ja äh an für sich wenn es um Spiele geht oder sowas bin ich ja jetzt nicht unbedingt so der Fan von diesen kitschigen Einhörnern aber ich mag diese diese Fantasy Serie von Schleich mag ich irgendwie total gerne okay ja ja sei immer du selbst es sei denn du kannst dein Einhorn sein dann sei das Einhorn das ist voll schön doch Dankeschön dann haben wir hier Mensch du hast ja noch Schmuck mitgeschickt was hat sie da für Joschi Bilder noch reingepackt ja komm gleich kannst du das mal entheddern du bist mal so gut am entheddern du bist mal so gut am entheddern eine Kette von Ibiza ist das du bist ja mal so gut am entheddern just give me one night in Ibiza ähm entheddern oh Gott ja das ist ich muss darin gut sein weil du mir immer wieder enthedder Sachen gibst einmal einfach Yashi Yashi das ist ein voll cooler Schnellhefter ein Blümchen okay jetzt bloß kein Knoten reinmachen und der Romero obala niemand sieht als ich das gerade schlimmer mache und auch halt das davor das ist sehr gut voll die coolen Bilder wie hast du das denn zusammengekriegt ich? das war was ist das? ne ne das war eher oh Gott was ist hier noch aaaah jetzt müssen wir gleich irgendwie auseinander klippen weil das ist irgendwie zusammen verhakt gerade oh cool sind da so Duftstäbchen ich liebe ja sowas Duftstäbchen Frauenliebe boah riecht das gut boah nein jetzt hast du die Hunde heiß gemacht darauf okay ich glaube ich muss das erstmal noch irgendwie auseinander klippen riecht gut es genehmigt oh Gott verrückte weibliche Hunde oh riecht mal nein ich will das nicht oh oh wow sauerkrank es riecht total oh es riecht gut ne Nanni es riecht gut es riecht gut sie niessen die Hunde gleich wieder den ganzen Tag Nanni ich habe es auch bald hier glaube ich oh es riecht gut echt jetzt drehen sie wieder total die Nanni will ihre Duftstäbchen nicht mehr hergeben ja wunderbar das hast du toll gemacht Cardi oh oh man es ist ein Ei an Nanni nein Paradigol ich kann dich nicht weil ich durch die Kette entwirren muss Hilfe jetzt hast du auch noch Juck hier geh mal runter das muss ich mir noch ein bisschen Zeit nehmen um das zu entwirren muss ich glaube ich ein paar von den ähm ich schliefe ich ja nicht schon aufmachen mmmm sie riechen total gut was ist das denn? es ist ähm Kirsche so Blutorange oh Gott es sieht aus wie Kirsche und Blutorange steht hier irgendwas drauf? kann abwärmen toll gut dass du eh schon so von den Farben her passend aussiehst stimmt ich soll es vielleicht auch richtig behalten ach verdammt das ist so verheddert dann entheddern wir das gleich mal noch genau ich hab das auch glaube ich gleich aber sehr cool ich mag das ja wenn man so direkt mit der Nase dran geht dann riechen diese Stäbchen immer extrem heftig aber wenn man die irgendwo in der Schale hinstellt und die beduften so den ganzen Raum dann riecht das irgendwie total angenehm und ähm ich mag das ich mag auch so Duftkerzen liebe ich auch im Winter so Orangene oder oder Vanille ist toll oder Bra Zimt lobt nicht zu sehr Duftstäbchen sonst kriegen wir bald zentnerweise Duftstäbchen das war ich habe gerade über Duftkerzen geredet oder Duftkerzen doch ja weise und für uns yay ha gut damit aber erstmal vielen Dank natürlich für eure Post und ähm es wird auf jeden Fall noch bald ein Bienenbusel Video geben das Bonus Weekly wird es dann sehr wahrscheinlich nicht geben da einfach zu viele dagegen waren nochmal als Info und damit verabschieden wir uns schönen Sonntag euch noch wenn wir es vor dem Stream rausbekommen schönen Stream euch und du bist gegen mein Glas gestoßen und macht's gut bis zum nächsten Mal tschüss tschüss tschüss